Hi, du hast einen Bruch und möchtest ganz schnell herausfinden, ob sich dieser in eine endliche oder in eine periodische, also unendliche, Dezimalzahl umrechnen lässt. Du möchtest die Rechnung selbst nicht durchführen. Du möchtest wirklich nur möglichst schnell diese Info haben. Ich zeige dir in diesem Video, wie du vorgehen kannst. Dazu schauen wir uns erstmal ein einfaches Beispiel an. Und zwar, bei diesem Bruch mit 1000 im Nenner ist die Sache sofort klar. Das ist natürlich umgerechnet eine endliche Dezimalzahl. Das ist das Erste, was man so lernt bei der Umrechnung von Brüchen in Dezimalzahlen. Also wenn man dann eine Zehnerpotenz im Nenner hat, zählt man die Nullen ab. Das sind drei Nullen und dann hat man eben genauso viele Kommastellen. Das heißt, hier kommt die Zahl 1,473 raus. Also auf jeden Fall endlich. Für uns jetzt einfach nur wichtig zu wissen, wenn eine Zehnerpotenz im Nenner steht, ist es eine endliche Dezimalzahl. Beim nächsten Beispiel steht zwar von Haus aus keine Zehnerpotenz im Nenner, aber ich kann den Bruch so erweitern. Wenn ich ihn nämlich mit 4 erweitere, bekomme ich im Nenner 100 und damit habe ich auch wieder eine Dezimalzahl. Okay, also es hat was mit diesen Potenzen, mit diesen Zehnerpotenzen im Nenner zu tun. Offenbar ist es so, wenn ich es schaffe, einen Bruch so zu erweitern, dass sich eben, wie im zweiten Beispiel, dann eine Zehnerpotenz im Nenner ergibt, ist es endlich. Wenn ich das nicht schaffe, ist es eine periodische Dezimalzahl. Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie erkenne ich denn sofort, ob ich so erweitern kann, dass eine Zehnerpotenz im Nenner herauskommt. Naja, dazu müssen wir uns einfach mal Zehnerpotenzen zerlegt vorstellen, in Primfaktoren zerlegt. Also 10 ist 2 mal 5. 100 ist 10 mal 10 und damit 2 mal 2 mal 5 mal 5. Also worauf ich hinaus will, jede Zehnerpotenz besteht eigentlich nur aus Zweiern und Fünfern in der Zerlegung. Ja, auch 1000 ist dann eben 2 hoch 3 mal 5 hoch 3 und so weiter. Okay, und das wird in Zukunft unser Erkennungsmerkmal sein. Wir schauen uns den zerlegten Nenner eines Bruches an. Wenn der, so wie jetzt hier, nur aus Zweiern und Fünfern besteht, also 2 mal 5 hoch 2, ja, dann können wir den natürlich so erweitern, dass sich eine Stufenzahl im Nenner ergibt. Also hier müssten wir mit dem Faktor 2 erweitern, dann hätten wir eben im Nenner 2 hoch 2 mal 5 hoch 2 und damit 100. Wenn aber in der Zerlegung, so wie hier, eine Zahl auftaucht, außer 2 und 5, also hier die Zahl 7, dann macht uns diese Zahl alles zunichte, dann haben wir keine Chance, den so zu erweitern, dass eine Stufenzahl oder eben eine Zehnerpotenz herauskommt. Also, das ist unser Vorgehen in Zukunft. Wir machen das gleich mal an einem Beispiel. Wir schauen uns die Zahl 123, 160 an. Okay, der Nenner ist also 160, jetzt zerlegen wir den mal in 16 mal 10. Ja, und 16 ist ja eine Zweierpotenz, das ist 2 hoch 4 und 10 besteht ja letztendlich auch aus 2 mal 5. Und damit weiß ich, okay, im Nenner kommen nur Zweier und Fünfer vor und damit handelt es sich um eine endliche Dezimalzahl. Ohne, dass ich das ausrechnen muss, weiß ich das also jetzt sofort. Weiteres Beispiel, 2 Fünfzehntel. Ich schaue mir den Nenner an, 3 mal 5, ups, da kommt die 3 vor und die 3 ist eben sofort das Erkennungsmerkmal für periodisch. Ja, sobald ein Faktor auftaucht, außer 2 und 5, weiß ich, es handelt sich um eine periodische Dezimalzahl. Eine Sache muss man allerdings noch berücksichtigen, dazu komme ich gleich. Davor allerdings kurzer Hinweis auf unsere Plattform mathegym.de. Da kannst du nämlich solche Aufgaben, also passend zu diesem Thema, aber auch Aufgaben zu allen anderen Themen der Schulmathematik üben. Da bekommst du also Aufgaben interaktiv gestellt, kannst die lösen, bekommst Rückmeldung. Schau dir das auf jeden Fall mal an, über 100.000 Nutzer sind hier registriert. Aber jetzt zu dem Beispiel mit dem neuen Aspekt, den wir bisher nicht berücksichtigt haben. 12,96. Also nach unserer bisherigen Regel schaue ich mir die Zahl 96 im Nenner an. Da steckt zum Beispiel die 3 drin, also kann ich doch den Nenner in 3 mal 32 zerlegen. Jetzt habe ich die 3 schon rot gefärbt, weil das ist mal wieder so ein Faktor, der nicht vorkommen darf, damit es endlich ist. Ja, nur die Sache ist, wenn ich 39,96 im Taschenrechner eingebe, kommt merkwürdigweise eine endliche Dezimalzahl raus. Also was habe ich hier nicht beachtet? Ich kann es dir sagen, wir können diese 3 hier rauskürzen. Die kommt nämlich auch in 39 vor als Faktor. Das heißt, wir müssen als allererstes mal kürzen. Gekürzt bekomme ich hier also 13,32. Mehr kann ich nicht mehr kürzen. So, und jetzt schaue ich auf den Nenner. 32 ist eine Zweierpotenz. Das ist nämlich 2 hoch 5. Und damit ist es eine endliche Dezimalzahl. Im Nenner kommen nur Zweier vor. Also merke dir auf jeden Fall, im ersten Schritt musst du bei dieser Methode den Bruch kürzen. Erst dann schaust du, ob der Nenner Primfaktoren außer 2 und 5 enthält. Und wenn ja, ist es eben ein unendlicher, beziehungsweise periodischer Dezimalbruch. Und wenn nein, ist er endlich. Schauen wir uns ein letztes Beispiel an, wo nochmal alles vorkommt. Also wir haben 24,135. Was haben wir gerade gelernt? Erstmal kürzen wir. In der 24 steckt die 3, auch in der 135, laut Quersummenregel. Also kann ich mit 3 kürzen. Und dann ergibt sich 8,45. Weiter kann ich nicht kürzen. Okay, jetzt schaue ich mir die Zerlegung im Nenner an. 45 ist aber 3 mal 15. Und weiter muss ich es gar nicht zerlegen, weil jetzt kommt bereits hier diese böse 3 vor, die nicht vorkommen darf, damit es endlich ist. Und damit weiß ich an der Stelle, es ist periodisch. Ja, und dann hoffe ich, dass du alles verstanden hast. Wie gesagt, schau mal bei mathegym.de vorbei und mach ein paar Aufgaben dazu. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg in deiner nächsten Prüfung.